Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Glance und es stehen wieder Besuche an. Nachdem ich es letztes Wochenende irgendwie nicht hingekriegt habe, werde ich es versuchen, dieses Wochenende drei Folgen zu machen. So wie früher auch schon mal und das dann so als kleinen Ersatz fürs letzte Wochenende. Also heute am Freitag kommt eine, ich denke dann Sonntag und Montag, Samstag wisst ihr ja, steht immer ein bisschen was anderes an Fußball aktuell noch und zwar dieses Mal sogar DFB-Pokalfinale und das geht nun mal vor. Und dann gucken wir uns doch mal an, wer so dabei ist heute. Wenn ihr heute nicht dabei seid, dann schreibt mir in den Kommentar mit eurem Clan-Kürze, Clan-Namen und eurem Namen und dann müsst ihr natürlich auch noch da sein und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal dabei. Wir fangen an mit die Sau-Bazis und da Alper, 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 na, komm, wo bist du? Nein, nicht, nein, nicht Alper, das war der falsche Clan. Wir suchen einen Ritchi, 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 na. Ja, da, Vizeanführer, Level 111, Rathaus 9, check, passt. Fast so ein hohes Level wie ich und noch Rathaus 9 sieht schon alleine immer gut aus. Ähm, du hast alles von Rathaus 8 hochgelevelt, außer die Walküre, die eh egal ist. Und die Schweine, ja, das finde ich nicht mehr ganz so, egal, mittlerweile, denke ich, sind Schweine doch eine sehr starke Armee. Ähm, ansonsten von Rathaus 9 auch schon einiges gelevelt. Hexe, Golem, Lava-Hund. Der Sprungzauber fehlt noch, die Zauber, anderen Zauber sind allerdings gemaxed. 540.000.000 gefarmt ist gut. Ähm, sogar sehr gut. 67.000 gespendet ist auch sehr stark. Ein bisschen mehr Dunkles könntest du farmen, 940.000 ist ein bisschen wenig, deswegen sind deine Helden auch noch nicht ganz so hoch. Und Clan kriegt 280 Sterne, ist auch, denke ich, okay. Gucken wir doch mal, was die Base so sagt. Ja, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Ähm, die Mauern auf jeden Fall schon mal sehr schön, muss man ja sagen. Rathaus wird auch noch nicht geupgradet. Und ansonsten von der Verteidigung, außer den Kanonen und dem Luftfläger scheint mir alles gemaxed zu sein. Sehr schön, muss ich ja mal sagen. Äh, Luftfläger, ja, mein Gott. Kanonen gehen auch langsam hoch. Im Moment schläft auch noch der König. X-Bogen sind schon gemaxed. Magier-Türme sind gemaxed. Bogentürme. Ähm, vom Ausbau her absolut nichts einzuwenden. Wobei, Kasernen, Kasernen, Kasernen. Nein, auch Kasernen, wunderschön. Sammler, wunderschön. Perfekt. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, vom Aufbau her, ja. 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 Ich finde das Design asymmetrisch irgendwie. Das ist verwirrend für mich. Also, eigentlich kann man sagen, ist es gespiegelt. Legt man hier, äh, auf dieser Linie. Zwischen der Kaserne und unten der dunklen Kaserne. Ein Spiegel. Und dreht das dann nochmal um 90 Grad, müsste es eigentlich genau spiegelverkehrt sein. Trotzdem wirkt es dadurch, finde ich, für mich etwas durcheinander. Aber das heißt ja nichts. Ähm, die Magier-Türme schützen immer schön zwei Lager. Ähm, die Mörser stehen mir ein bisschen weit auseinander. Das geht vielleicht ein bisschen besser. Also, die könnten ein bisschen näher zusammen. Und, ähm, das eine Elixier-Lager hier, das und hier das, die scheinen mir nicht ganz so gut geschützt zu sein. Dafür ist allerdings die Queen schön mittig. Ebenso wie die Clan-Burg. Und die X-Bögen, finde ich, stehen auch sehr schön. Ja, also, wie gesagt, ich würde da nur einen kleinen Abzug vielleicht für die Mörser geben, die ein bisschen weit auseinander stehen. Und diese Elixier-Lager, wobei du im Moment sowieso kaum Elixier drin hast, ähm, geht wahrscheinlich immer direkt für Mauern drauf. Was auch gut so ist und das sieht man halt auch an den Mauern. Die sind ja schon wirklich stark. Neuner und schon Zehner Mauern und du upgradest dein Rathaus noch nicht. Also hast du auch noch genug Zeit, deine Mauern weiterzumachen. Ähm, ich wundere mich gar nicht, dass dein Luftfeger nicht im Ausbau ist. Wobei, zwei Kanonen sind im Ausbau. Der König? Wie viele Bauhütten hast du denn? Eins, zwei, drei, vier. Ich sehe, ne, fünf. Okay, zwei schlafen nicht. Könntest du ja eigentlich noch ein Gebäude schlafen schicken. Vielleicht wurde auch gerade was fertig. Aber ansonsten wirklich sehr schönes Dorf. Und ich gebe dir an der Stelle eine Neun für dein Dorf. Und ich denke, damit kann man absolut leben. So, dann haben wir als nächstes den guten Herrn, den ich gerade schon gesucht hätte. Den Alpa Abimofo. Neu. Das heißt, du warst draußen. Da hatte ich ja Glück, dass ich dich jetzt erwischt habe. Level 105, Rathaus 9, check. Mh, kleinen Abzug. Muss ich dir schon mal für die Schweine geben, die erst auf Level 1 sind. Ansonsten, der Golem auch auf Level 1. Böser, böser Junge. Hatte ich dich schon mal? Ich weiß es nicht. Oder wiederhole ich mich nur ab und zu. Deine dunklen Truppen könnten besser sein, mein Freund. Auch wenn du natürlich die Lava-Hunde gelevelt hast. Aber jetzt mit dem Luftfeger-Update ist das ja auch nicht mehr bei jeder Base so einfach. Würde ich an deiner Stelle ein bisschen was nachholen. 500 Millionen Gold gefarmt ist aber gut. Eine Million dunkles ist okay. Ja, geht vielleicht ein bisschen mehr zu dem Zeitpunkt. Aber das sieht man ja auch an deinen Truppen, dass da noch ein bisschen was möglich ist. Und noch drei Sterne, dann hast du Kriegsheld. Glückwunsch. Dauert ja nicht mehr lange, hast du ja bald. Und gucken wir uns das Dorf mal an. Da wurde wohl jemand geblitzt. Mein Beileid, mein Freund. Nicht schön, ich weiß. Kann man nichts gegen tun. Hast du denn deinen Tesla am Rathaus? Eher nicht, wahr? Würde ich nicht von ausgehen bei dem Design. Was natürlich auffällt, deine Mauern sind noch ein bisschen low. Wobei du auch... Ja, naja, ein frischer Rathaus noch ein bisschen lange nicht mehr. Du hast deine X-Bügel schon auf Level 3. Deine Magiertürme sind gemaxed. Deine Mörser sind gemaxed. Kanonen und Bogitürme noch nicht. Aber die erste Kanone geht auch schon hoch. Deswegen, ja, Mauern sind okay. Keine Frage. Es sind Rathaus 8 Mags. Auch keine Frage. Könnte natürlich aber zu dem Zeitpunkt jetzt deines Dorfes vielleicht ein bisschen höher sein. Was ansonsten auffällt. Deine Sammler und Mine gehen auch noch ein bisschen hoch. Die sind noch nicht Rathaus 8 Mags. Ansonsten gibt es nicht wirklich was zu beanstanden. Luftfläger Level 2. Ja, ist ja ein neues Defensivgebäude. Das ist ja egal. Das zählt nicht im Design. Rathaus 9 steht da. Ja. Ähm... Die Mörser scheinen mir wohl... Ne, die Mörser stehen perfekt. Eigentlich. Immer schön 3 geschützt. So muss das sein. Gefällt mir gut. Die Magiertürme stehen eigentlich auch perfekt. Schützen immer schön 2 Lager. Und die Lager stehen auch nicht direkt nebeneinander. Das gefällt mir auch sehr gut. immer in unterschiedlichen Kacheln, die zu einem Magierturm gehörenden. Und die, die dann trotzdem in einer Kachel stehen. Da steht dann noch ein Verteidigungsgebäude dazwischen. Finde ich sehr schön. Dunkle steht schon mittig. Wobei die Clanburg eigentlich noch mittiger stehen könnte, wenn man die tauscht. X-Büngen stehen gut. Die Queen steht schon relativ mittig. Finde ich gut. Der König könnte vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte, aber da ist kein Platz mehr. Ich glaube, das Design hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ich glaube, ich wiederhole mich da auch jedes Mal bei der Bewertung. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Kann man nicht sagen. Irgendwie, ihr seid wieder so gut alle ausgebaut. Ich suche Kritikpunkte, aber ich finde keine. Ja, machen wir es kurz. Du bist noch nicht ganz gemaxed. Vom Design her gefällt es mir sehr, sehr gut. Deswegen gibt es von mir eine 9. Ich denke, damit kann man leben. Wobei, nein, eine 8,5. Den Abzug gebe ich dir für Golem und Schweine. Böser Junge, du. Muss deine dunklen Truppen etwas leveln. Aber ansonsten wirklich sehr schön. So, wer kommt denn als nächstes? Nein, nicht aus dem GF-Compat. Aus meinem Basisklan German Fighters dieses Mal jemand. Hat sich auch mehrfach beworben. That's not real. Rathaus Level 9. 10er-Helden. Die gehen aber auf 11, soweit ich weiß. Ansonsten. Von den 8er-Truppen alles gelevelt. Sogar die Walküre ist auf Level 2. Dafür einen ganz fetten Applaus. Also ich habe mein iPad jetzt in der Hand. Da gibt es keinen Applaus. Denk ihn dir einfach. Golem schon auf 3. Scheint es mir noch nicht ganz so lange Rathaus 9 zu sein. Spielt es auch schon ein bisschen länger. 1200 Gegenstände. Mehr als ich es glaube ich habe. Ich bin mir nicht sicher. 370 Millionen entferntes Gold. Ja, genau. Gelootetes Gold. Erbeutetes Gold sind gut. Ein bisschen mehr spenden könntest du, mein Freund. Wobei diese Saison ja gut ist. Boom Beach nervt nicht. Ich wusste es vorher, dass das kommt. Hast du dich immerhin schon gegen 332 Angriffe verteidigt? Deutlich mehr als ich. Ein Champion warst du auch. Das warst du letztens erst. Dafür nochmal Glückwunsch an der Stelle. Dunkles geht ein bisschen mehr. Und ich weiß es ja. Kriegsstern hast du noch nicht ganz so viele 47. Ich mache es dir ja noch nicht ganz so lange. Clan War. Du hast da unten eine Juwelenkiste. Die kannst du aktuell nicht abbauen. Weil deine Bauarbeiter alle schlafen. Soweit ich weiß. Irgendwie sind so Juwelenkisten ja schon faszinierende Dinger. Dieser Schimmer. Am Ende des Regenbogens liegt der Schatz. Und der trägt deinen Namen. Nein, Quatsch. Mal wieder seriös werden hier. Beide Helden schlafen am Rathaus. Ist das nicht genau das gleiche Design, was wir gerade hatten? Oder sehr, sehr ähnlich. Zumindest diese gezackten Mauern an den Seiten erinnern mich stark daran. Du hast scheinbar alle... Nein. Nein, nein, nein. Du hast noch nicht alle 9er Mauern. Aber schon einen großen Teil. Dafür schon mal Daumen nach oben. Du musst vorsichtig sein, dass du nicht mehr als 40 Gegenstände hast. Du weißt ja, dann kann nichts mehr spawnen. Auch keine Juwelentruhe mehr. Auf den ersten Blick sieht mir das schon ziemlich nah dran aus. Deine X-Bögen gehen beide hoch auf Level 2. Das ist schön. Ansonsten scheinst du mir ein Rathaus 8 gemäxtes Dorf zu sein. Auch mit den neuen Gebäuden schon auf Rathaus 8. Die Bohrer sind schon auf 6. Ansonsten allerdings... Noch nichts Rathaus 9 Niveau. Aber das ist ja nicht schlimm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du es doch ein bisschen was nachholen bei Rathaus 9. Von daher schön, dass du es gemacht hast und auch immer noch machst. Die Mörser stehen ein bisschen weit auseinander. Die schützen zwar so ein bisschen die Lager mit, aber sich überhaupt nicht gegenseitig. Ich weiß nicht, was die Bogeytürmen in der Mitte sollen. Eventuell wegen der X-Bögen, die gerade im Ausbau sind. Ich denke, da werden auch die Tesla sein. Die Clanburg steht schön mittig. Die Magiertürme schützen schön zwei Lager. Der eine schützt auch noch das Dunkle. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass da oben zwei Kanonen direkt nebeneinander stehen. Das macht man ja irgendwie nicht. Eigentlich. Es sieht mir ein bisschen durcheinander aus, dadurch, dass du jetzt gerade die beiden X-Bögen ausbaust. Wie gesagt, ich denke, sonst sind die beiden X-Bögen in der Mitte. Eventuell noch die Queen in der Mitte. Ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Aber wo stehen die dann? Die Helden könnten natürlich auch vor so einem... ...vor so einem Bogeyturm stehen, oder? Ne. Dreimal drei sind sie. Hm, das Dorf ist verwirrend für mich. Das ist verwirrend für den kleinen Lars. Also, ich weiß nicht. Ähm, vom Ausbau her, wie gesagt, keine Vorwürfe, volle Lager, alles wunderbar. Gibt auf jeden Fall einen Applaus dafür. Ähm, ich würde auch sagen, die Mauern sind sehr schön schon. Dafür, dass du quasi noch Rathaus 8 Max bist. Also hast du noch genug Zeit, um die 10er Mauern zu machen. Helden levelst du ja auch schon aktuell fleißig. Alles wunderbar, nur das Dorfdesign so, wie es jetzt gerade ist, finde ich ein bisschen schwierig zu bewerten. Und irgendein Lager ist auch nicht geschützt, oder? Du hast zwei Bohrer geschützt. Ja, da oben. Hier werden wahrscheinlich sonst die Bohrer sein. Wo die Elixierlager stehen. Da. Und da. Ne, da. Ja, wirklich. Ist klar, die Stinnen sind ja im Moment leer. Dann kannst du besser die Bohrer da hinpacken. Wobei, du die ja eh regelmäßig leerst. Also, ich würde sagen, die Lager sind normalerweise schön. Das Design ist okay. Jedes Lager steht einzeln. Das finde ich wunderbar. Das weißt du ja. Da stehe ich ja drauf, wenn die einzeln stehen. Nur die mit den X-Bögen kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal eine vorbehaltliche... 9,5. Oder gebe ich dir eine 9. Ha, gebe ich dir eine 9. Eine 9 ist, denke ich, besser. Aber damit kannst du ja sowieso leben. Und wenn nicht, komm ich rüber in den Basis und verprügel dich. Nein, 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 nein. Natürlich nicht. Titanic 2 untersuchen wir den Big Luke. Level 53, Rathaus 7. Also, Rathaus 6 Niveau hast du auf jeden Fall überschritten. Das ist klar. Hast auch deine Drachen schon auf 2. Die Schweine immerhin schon freigeschaltet. 312... Ne, ich wollte gerade sagen 312 Millionen Gold. Das wäre aber viel für Rathaus 7. 31 Millionen Gold. Ist okay. Spenden ist auch okay. Ist halt schwierig, als Rathaus 7 noch viel zu spenden. Aber du nimmst ja auch nicht so viel, wie man oben sieht. In der aktuellen Saison. Klar, Angriege 75 Sterne ist, glaube ich, für Rathaus 7 auch mehr als gut. Mit Rathaus 7 ist man halt auch noch nicht so lange dabei. Aber sieht auf jeden Fall alles nicht verkehrt aus. Ähm, ja. Und du hast auch deine Mauern von Rathaus 6 alle gemaxzt. Das ist schön. Du hast deine Gebäude alle gemaxzt. Sehe ich sofort auf den ersten Blick. Oder bin ich gerade blind? Bin mir bei den Sammlern nicht so ganz sicher. Da könnte sein, dass dir da ein paar Level fehlen. Die solltest du noch nachholen. Kasernen, ähm... Solltest du auch nachholen, mein Freund. Da geht mit Sicherheit auch standardmäßig ein bisschen mehr, als gerade ist bei dir. Ähm... Ansonsten vom Ausbau her scheint mir das echt gut. Das sind relativ unwichtige Sachen. Wie gesagt, Mauern sind dafür schon ganz gut. Der König könnte vielleicht ein bisschen hoch... Das Dunkle dafür... Ich weiß gar nicht, wie viel kostet der denn? 12.500? Ich glaube, ja. Musst du noch ein bisschen sparen, würde ich dir empfehlen, einen dunklen Bohrer schnell auf 3 zu bringen. Das hilft ungemein. Sonst zum Ausbau nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, Mauern sind schön für den Zeitpunkt. Wobei ich sagen muss... Rathaus 8... Ah, dein Rathaus geht schon hoch. Ah, die Kaserne, mein Freund. Du wirst dich später ärgern. Und der König noch viel schlimmer. Der König muss gemaxed werden bei Rathaus 7 und 8. Bei 9 am besten auch. Aber bei 7 und 8 muss er gemaxed werden. Du merkst den Unterschied von den Einheiten. Von der Spezialfähigkeit. Und dass du bei 7... Du hättest jetzt schon Spezialfähigkeit 1 haben können. Du hast jetzt gar keine. Würde ich an deiner Stelle dringend nachholen. Also schnell. Sehr, sehr schnell den Leveln. Und dann natürlich auch zusehen, dass du die Mauern noch schnell nachgezogen kriegst. Und ansonsten vom Design her finde ich es nicht so schön, dass die Magertürme so weit draußen stehen und das Elixier gar nicht schützen. Vor allem das Gold zwar theoretisch schützen, praktisch aber nicht. Du hast ein Goldlager und ein Elixierlager noch nicht ausgebaut, mein Freund. Musst du auch noch nachholen. Die Mörser stehen okay, wobei 2 sich, also er und der am Luftweger, sich ein bisschen weit auseinander stehen. Und nach links zudem könnte ein bisschen mehr Abstand sein. Schwierig zu beschreiben. Es ist am besten so ein bestimmtes Dreieck. Das ist zwar jetzt auch ein Dreieck natürlich, wenn man die Linie zieht, aber nicht so eins, wie wir brauchen. Wir bräuchten ein etwas näher zusammengezogenes, weiter auseinander. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich denke, du hast es schon ein paar Mal vielleicht bei meinen Bewertungen gesehen, wie ich das meine. Der muss nach rechts oben und der obere dann einfach nur nach rechts, dann passt es. Ansonsten ist es ja bei Rathos 7 schwierig. Du wirst sowieso von Rathos 8ern und 9ern zerstört. Wobei von 9ern eher selten, die wollen mehr Loot. Der Luftweger steht, denke ich, okay, die Luftabwehren stehen mir ein bisschen weit zu außen. Die sind ja ganz leicht zerstörbar. Ansonsten gefällt es mir aber echt gut mit den Freiräumen, die überall sind. Und deswegen gebe ich dir an der Stelle eine 7. Du musst halt noch ein bisschen was nachholen, das weißt du ja. Habe ich dir ja jetzt auch nochmal gesagt. Und so, und dann kommen wir zum letzten im Bunde. Quantanamera. Da 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 da. Untersuchen wir den Selmarius. Level 88. Rathos 8, Rathos 8. Das sieht doch gut aus. Ähm. Alles außer den dunklen Truppen ist gemaxed. Schweine hast du schon. Golem und Valkyre fehlen noch. Valkyre bläh 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 bläh. Scheißegal. Golem solltest du noch. Wenn gleich das Labor läuft, bin ich mir sicher, dass ich weiß, was da drin ist. Goldjagd. Ja, ist okay. 146. Ein bisschen mehr spenden wird gehen. 100, äh, 14.755 ist ein bisschen wenig. Auch diese Saison hast du nicht kein positives Verhältnis. Könntest du ein bisschen mehr dran machen. Ähm. Kriegsheld, ja. 131 Sterne ist okay. Ist okay. Okay, das finde ich schon mal schön. Und du upgradest dein Rathaus noch nicht. Obwohl, wie erwartet, deine Defensive maxed ist. Und auch sonst alle Gebäude scheinbar. Doch. Deine Gebäude sind alle gemaxed. Nur die Mauern fehlen noch. Du hast dunkle Bohrer, die voll sind, oder? Ja. Mehr als halb voll, sagen wir es mal so. Hm. Ja, was soll ich denn da zu groß sagen zum Ausbau? Also zum Ausbau wirklich außer den Mauern, die du aber noch machst. Du upgradest ja nicht mal dein Rathaus. Labor läuft auch. Wahrscheinlich der Golem. Gehe ich einfach mal von aus. Ich denke nicht, dass du die Valkyre forscht. Ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen, der zuerst die Valkyre forscht. Und dann den Golem. Kenne ich keinen. Glaube ich. Ähm. Vom Design her. Die Magetürme schützen sehr schön die Lager. Außer das eine Elixierlager. Das. Außer. Ja doch, das eine Elixierlager. Das ist nicht perfekt geschützt. Vom Gefühl haben wir diese Art von Design schon ein paar Mal gehabt. Nicht genauso, aber ähnlich. Wo ein Lager nicht so geschützt wird, was aber nicht ganz so tragisch ist. Die Mörser stehen, finde ich, sehr, sehr schön. Schützen sich immer im Dreieck. Auch wenn die einen ein bisschen weiter auseinander stehen. Ist ja nicht so schlimm. Ähm. Dunkle steht schön mittig. Allerdings. Deine Clanburg steht draußen. Da gehört sie nicht hin. Da gehört sie nicht hin. In dem Design ist aber... Huch. In dem Design ist aber auch kein Platz dafür, dass die Clanburg nach innen kommt. Aber da außen kann die ja überhaupt nicht mitverteidigen. Das ist ja schade. Das ist schade. Die muss auf jeden Fall in die Mitte. Und da das bei dem Design nicht möglich ist, würde ich dir ganz ehrlich empfehlen, ein neues Design zu wenden. Das Design gefällt mir. Es hat zwar viele Eckpunkte, die gut sind, aber im Endeffekt sind da nirgendwo Freiräume in der Base. Draußen sind welche und man kann erahnen, wo die Tesla stehen, wo die Riesenbomben liegen. Deswegen würde ich mir an deiner Stelle ein neues Design suchen. Das ist nämlich echt schade. Du hast echt so ein schön geleveltes Dorf. Aber das Design ist halt echt nicht so der Knaller. Da sind wir mal ehrlich zueinander. Die Clanburg gehört in die Mitte. Die Fluffer werden schön schön. Der König steht auch außen. Also es stehen mir zu viele Gebäude draußen. In die Mitte gehören ebenso die Bomben und Tesla gehören weiter ins Dorfinnere. Deswegen kann ich dir leider nur eine 8 geben. Ich hätte dir gerne mehr gegeben. Vom Ausbau hätte ich dir locker eine 9,5 oder so gegeben. Oder? Eine 9,5? Ja, doch eine 9,5. Vom Design muss ich dir leider was abziehen. Und deswegen sind wir dann bei einer 8. Ich hoffe, damit kannst du trotzdem leben. Aber vielleicht findest du dir noch ein schönes Design. Vielleicht auch in anderen Besuchsfolgen. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht dran wart, schreibt mir eure Namen, euren Clan-Namen und Clan-Kürzel in die Beschreibung. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.